Wir trinken auch Apoboy. Liebe Gäste, Liebe Jugend! Das geilste Siegstfest! Und wir wollen einfach nur mal Danke sagen! Händes Bier! Achtung, Achtung! Die Show ist noch nicht zu Ende. Was wäre die Europäer Eide, Hector? Ohne eine Überraschung! Dazu müssen wir reise sein! Wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, zwei Wochen ohne Lisa, wenn es schaffen, und es schaffen, zwei Wochen ohne Lisa, Liesel ist noch schlimmer als 2 Wochen ohne Sex. Das wissen wir alle. Wenn wir es schaffen, 2 Wochen ohne Liesel zu sein, dann verspreche ich in diesem Zelt Es gab auf diesem Festplatz einmal ein historisches Fest. Das war die historische Mosekunde. Und wenn wir es jetzt schaffen, 2 Wochen ohne Liesel, dann verspreche ich euch. Vielleicht nicht im nächsten Jahr. Aber ich verspreche euch, dann werden wir ein Mose, die historische Mosekunde zum Leben erwecken. Und ihr Eicher, das gewählte, ihr seid das beste Publikum. Wir lieben euch! Das Leben, genießen die Verzicht, optimal verbreitet. Und morgen geht es weiter mit Staviks. Dankeschön! Gästchen, 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 gästchen. Mordens! Mordens! Mordens!